Ein Argentinier, ein Italiener und ein Deutscher steht vor Gott, sagte Gott, jeder von euch bekommt 50 Peitschehebe, aber jeder von euch hat einen Wunsch frei. Als erstes der Italiener, ich wünsche mir eine Kisse für auf der Rücke, damit er nicht so weh tut. Bringt nix, 25 schlägt, das Kisse ist durch und der Italiener schreit wie am Spieß. Der Argentinier, ich bin nicht so dumm, ich wünsche mir zwei Kisse für auf der Rücke. Und der Argentinier hat Glück gehabt, nix schmetzt die Kissehallenstasch. Der Gott guckt den Klose an und sagt, pass auf, sind wir ernst, gebt Brasilien, habt ihr gewonnen. Der Klose zögert entlang, ich wünsche mir 100 Peitschehebe. Gott guckt blöd, denkt sich 100, jo, alle hopp, warum net, was ist dein zweiter Wunsch? Sagt der Klose, bind mir der Argentinier auf die Rücke. Hahaha